Ja, da müsst ihr einen Kompromiss finden, ne? Ich find's überhaupt arg, dass sie Ana hat und er nur einen PC. Also das ist schon irgendwie komisch, aber okay. Gibt's alles. Eisen. Säurig. Das Säure-Getränk, das macht mich jetzt irgendwie fertig. Unter der Säure gekränkt. Ja, jetzt war das unter der Säure. Wo ist das andere Stück von der ersten Bahn? Komm, da haben wir doch schon alles fünfmal abgelaufen. Der hängt. Nein, das ist Metall, okay. Ich hab doch gar nicht mehr die Sniper ohne Scope ausprobiert. Hier ist das cool. Ja, er ist jetzt ein 31er. Was? Jetzt gar nicht mehr mit, um was jetzt geht. Ey, komm, schauen wir mal, dass wir die Quest noch fertig machen und dann machen wir Schluss, oder? Also, die Quest machen wir jetzt gerade richtig. Mein Brain ist jetzt echt schon hinig. Äh, ja. Ey, das ist ja der Hammer, ey. Hier ist ein Ufer und schau über, ob wir das sehen. Da kann ich das mal relativ gut auskaufen. Das ist eigentlich so, wo ich denke, ist einfach da oben, wo die Bücke eingespielt sind. Ja, ja, das glaube ich auch. Und das sind halt Schienen. Aber wie soll er da hoch? Na, ich schau mal. Ich weiß auch nicht, wie man diesen Aufzug irgendwie mal bedienen kann, weil da könnte man, glaube ich, direkt auf diese Plattform hoch. Ich muss wahrscheinlich keine Ahnung sein. Dann muss man ja rüber gehen auf die andere Insel und dann dort da hochklettern einfach. Was glaubst du, wo bin ich gerade? Na, ich seh dich ja da laufen. Der ist irgendwie ausgeschalten, der Aufzug. Hau zu raus, aber fühlt grad viel zu lustig. Ist mir egal, was da steht. Das ist der Hammer. Ich bin grad so beschäftigt, da irgendwo rumzulaufen. Ja, weißt du, du kommst auf diese Brücke da oben rauf? Keine Ahnung. Shit, weil die Kristallisten weg, Alter, ich hasse mich. Oh shit, da ist wieder der Blue, Alter. Nein, ich bin ziemlich gut. Ja, vor allem, wo rennst du da außen irgendwo herum? Ja, ich schau, dass ich da irgendwie auf die Brücke raufkomme. Mach mir die fertig. Vielleicht hab ich da einen neuen Blickwinkel davon. Kann man den Bagger nicht hinfahren und dann raufklettern? Das wär ich jetzt. Oh Gott. Ich wär fast noch rumgekommen. Ich hab glücklicherweise das Rätsel gelöst. Das Rätsel ist mir egal. Bin oben. Weißt du? Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass da drüben auch was ist. Da drüben ist was grünes leuchtendes. Oh, Gott sei Dank. Oder werde ich nicht hinkommen. Nein. So zumindest nicht. Ist der Just oder hochgekommen? Ja, hier ist aber was leuchtendes. Hier ist doch, hier ist doch, hä? Oh Gott. Da ist es! Da ist der Hebel, alles klar, man. Muss ich dann jetzt zu euch kommen? Gott. Ich bin gerade seine Schwester am PC und an meinem Handy. alles klar dass du es die ganze zeit mit zwei akkons gleichzeitig schlimm johannes kamen können wir müssen jetzt jetzt funktioniert auch zu ja wahrscheinlich das mussten wir kurz erläutert ich bin gerade so dumm das zu lesen die quest ich kann mal zum aufzugucken gerade alles ausgemacht wenn mir langweilig war alles klar ich habe trotzdem was zum lachen gehabt ja ja es markiert der aufzug und er ist grün hier durch nicht alles in aller richtung ja ja vielleicht schon müsste auch hin das ist ja wirklich so oder weil es gibt so keine schwester die zockt ja ich weiß meine zockt nämlich auch nicht nicht meine zockt ja ich könnte ja von da von der weiß ich ja auch ne alter schluck der perez was habt denn jetzt da alles angebracht was hat er mitgebracht ich bin nicht schuld ich habe gerade selbst gekillt mit einer was geht´n bei euch ich komme von dem blöden badass nicht weg ich will die ganzen burm löcher wegziehen was sind das gerade für gegner wenn ich fünf meter spawne in so ein burmloch arsch und zieht mich wieder zu dem hin ich glaube ich einfach zum aufzug müssen ja auch geschützt geworfen zum aufzug wie lange habe ich da jetzt geschrieben keine ahnung stirb sterb ich ja da ist dieser feuer der hat nicht mehr viel leben ich sehe nichts alter meine fresse das ist ja echt sogar gerade und dass die gegner hier auf einmal kommen ja echt lauf wirklich dann zum zum aufzug hin ja aber wenn du draufstehst dann kommen hier keine gegner egal so einfach hier haben aufzug bleiben dann kann ich sporen eigentlich ich gehe nicht raus doch ich muss ihn holen ich habe noch artefakte mit zusätzlich gesundheit das war doch mal eine schatz suche ja war ich dort in der schatz suche wenn jetzt irgend irgendjemand kommt ich fachs raus ah toll königin reich bitte schön ich glaube einfach wer die chance ist auf die gegner ne die müssen wir glaube ich trotzdem ein bisschen abfangen oder sonst müssen wir die am schluss alle killen da ist eine königin also wenn die am leben ist werden sie wahrscheinlich nicht den ganzen gegner kommen oh gott ok ich komm mit so diesmal tot oh diese kleinen kack ginger ne leute nervt es nicht rum die sind auch nervig oh der wird drastik nass aua boah ne filmierte pistole geil danke wenn wir jetzt pistolen bekommen ne ey als größte belohung gab es schon mal eine violettete pistole hehehe hey pistole ja violettete pistole um die SLG boah soll keiner hochhelfen würde ja ok du kommst nicht auf die beine morgens streamt ihr arme und am sonntag was streamt ihr da schauen was wir da machen können wir auch meinetwegen auch wieder borderlands machen aber schau mal einfach mal die wir können auch gerne pausen mit borderlands machen also ne das ist also wenn wir hier schon soweit sind du meinst ja wir haben sie bald durch ja alles klar ja alter die mission aber ich habe doch noch eine shotgun für dich glaube ich ich glaube ich mit leuten reden in sanctuary drei kräfte und dann müssen wir auch das weiter machen also ja 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 passt schon passt schon haben wir schon mal die ganzen neben kacke erledigt außer die eckles hätte ich auch vor das bei uns aber im mannsten ja gut dass wir da noch aufhören weil da scheiß kriegst und wollen nämlich schon da ok ja das ist das das passt doch immer bei borderlands echten fassen Hilfe auch gleich noch ein level machen machst du ähm kleine reisen nach sanctuary Entschuldigung Entschuldigung gut aber ich fühl haben wir 21 40 ist gut dann müssen wir noch reden erstmals gehen erstmals gehen Schöne eins noch den anderen jetzt erst mal zu Scooter hinspringen ja wir können ja kurz zu Zed gehen die Quest abgeben ja dann mach kurz Scooter wir doch den Video schauen dann schauen wir dann ach das war noch Zeit ok mach mach ok mach mach Gisi deshalb bringst du mir all diese blutigen Gliedmaßen die ich in keinster wang ja naja lustige Geschichte diese Projekte an denen ich gearbeitet habe sie sind äh so zu sagen weggelaufen tu mir eingefallen und leg sie um ja weißt du wenn man es mal genau betrachtet ist es ja eigentlich deine schuld ich wünschte ich hätte mehr Krieger wie dich ich wünschte ich hätte mehr Krieger wie dich schulde hier ist noch interessant ich hab lag des Todes ja 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 irgendwie ist es auch nicht besser alles drauf gehen wir sollen dann Pause machen wir sollen dann aufhören jaja mal steilig mal steilig wenn du leben willst kauf bei mir hm das böse wird zerarsch immer als am Arschmarsch hm das da noch eine Quest in Sanctuary mit tennis noch reden gespräch das tollen Oh, ne Sniper. Und ne Schrotflinter. Schrotflinter? Schrotflinter ist schlecht. Lass nicht zu, dass alles umsonst war, amigo. Finde Jack. Töte Jack. Shotgun. Oh, Shotgun. All das Zeug. Zwei Mal die selbe, praktisch fast die selbe Schotten. Na, raus. Einmal miteinander das hier. So. Müsst dann noch eine Link festmachen. Wolltest du die weiter noch machen, oder? Ne, ich würd für heute dann Schluss machen. Hätt 20 Viecher töten. Ja. So haben wir die dann das nächste Mal schnell gehört. Ja. Kaufen wir hier noch ein bisschen ein. Verbesserungen oder so. Ich hab ja schon wieder keinen Timer gestellt. Wollt ihr den Elze kommt nicht durch? Jo. Viel interessantes kommt da jetzt nicht mehr. So. Alter. Einmal 10 kostet schon 914. Ja, wird immer teurer. Okay, du bekommst auch viel mehr Geld durch, äh, äh, Gena. Ja, gut. Dann war's es, ha? Ja. Wollt ihr? Ja. Wollt ihr? Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.